Und natürlich wollen wir auch die Betriebe in unserer Region kennenlernen, was hier alles hergestellt wird. Und es ist einfach interessant, mal zu sehen, wie solche Instrumente entstehen. Das wollten wir uns mal anschauen. Das wollten wir uns mal anschauen. Das wollten wir uns mal anschauen. Das wollten wir uns mal anschauen.